Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute nur die kleine Info, dass das hier das 300. Video auf unserem YouTube-Kanal ist. Das ist ziemlich cool. Wir machen das jetzt seit etwa drei Jahren, seit mehr als drei Jahren, fast dreieinhalb. Den Podcast ist aber schon etwas länger auf Spotify. Der hat auch mittlerweile eine ganze Menge Abonnenten und Abzahlen. Und das ist natürlich mega cool. Das ist unsere zentrale Marketing-Plattform. Und schlussendlich haben wir hier jede Menge freien Content über die Energiewirtschaft nun schon veröffentlicht in über jetzt genau 300 Videos. Neben dem freien Content, wie ihr aber auch wisst, haben wir ja einen Shop. Und genau da ist jetzt eine Rabattaktion. Ihr könnt nämlich hier schon sehen, dass wir überall die Preise runtergesetzt haben. Während ich stand jetzt gerade 6.151 Abonnierende auf YouTube, also habe ich einen Prozentsatz von 61,51 Prozent als neuen Preis festgelegt. Einfach ein bisschen mit den Zahlen gespielt. Und dementsprechend habt ihr jetzt die Chance für, sagen wir mal, die nächsten zwei, drei Wochen, also für, sagen wir, bis Mitte Oktober, hier mit doch einem ganz deutlichen Rabatt, unsere Produkte zu kaufen. Unter diese Rabatte fallen natürlich auch unser 20-stündiger Videokurs, der ansonsten 700 Euro kostet brutto. Der ist jetzt bei 428 brutto. Und unser großes 400-seitiges Lernbuch als E-Book ist von 127 Euro auf 78 runtergesetzt. Das ist spürbar. Und natürlich ist auch alles Weitere hier dabei. Kleine Info auch noch. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen, also auch bis, ich denke mal, bis Mitte Oktober, das Handbuch GBKE und GDGAS einmal in einer neuen Auflage veröffentlicht haben, inklusive der Marco 2022. Und wir werden auch den Fachkurs Smart Meter, den Videokurs in einer neuen Auflage veröffentlicht haben, weil es sich einfach hier mittlerweile doch eine ganze Menge getan hat. Dementsprechend bleibt dran. Wir informieren euch. Ihr erfahrt es über Social Media als allererstes. Okay. Wenn das für euch interessant ist, der Link auf diese diversen Produkte im Shop ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Okay. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit in 300 Videos und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.